Yo Leute, was geht ab? MuccaLP hier am Start. MuccaLP, Digga. Wer nennt sich denn so? MuccaLP? AugenringerLP, wollte ich sagen. Am Start. Nein, Mucca ist hier. Und ja, wir sind hier in meinem kleinen Wohnzimmer. Und was ich euch zeigen möchte ist, Wohnzimmer, okay, da ist der Kühlschrank da so. Halbwohnzimmer, halbküche. Mal gucken, vielleicht irgendwann rumdur. Weißt du Bescheid? Aber Leute, wir haben uns versammelt und zwar heute, wie ihr im Titel gelesen habt, dickes, fettes Case Opening mit dem übelsten Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir etwas gekauft, ja. Ich habe mir etwas gekauft. Ich habe mir eine Case gekauft auf Amazon, ja. So sieht die aus. Checkt euch das mal ab, Alter. Shit, Alter, Moment. Ich muss mir eben Cam switchen, Alter. Das ist die fette Box. Yo, 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 yo. Swaggy, Swaggy, Swag. Cheese. Ich weiß nicht, was sein könnte. Also okay, ich habe es so bestellt, aber vielleicht ist es dann überraschen. Es steht dann was von X-Racer, D-X-Racer, keine Ahnung. Bestimmt so Dragon Law, oder? Locker Dragon Law drin. Was steht hier, Alter? Do not cut. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken, was damit gemeint ist, Alter. Scheiß drauf. Ich mache es einfach mal auf, okay? Weil zur Zeit ist es in, dass irgendwie die YouTuber, die gehen hin, die unboxen alles. Die unboxen einfach alles. Und die unboxen jetzt hier das Ding. Und ich will euch mal zeigen, das hat... Mir ist schon aufgefallen, hier gibt es ein Special Feature, ja? Hier gibt es ein Special Feature, und zwar, wenn man von der Seite hier kommt, zieht euch das mal rein, Alter. Oh, warte, das kann man, glaube ich, hier so mal abmachen. Oh, Digga, was ist das? Das ist, glaube ich, so ein... Ey, Rockstar. Ich schwöre es euch, das war von Anfang an da. Ich werde jetzt mal die Cam wechseln, Leute. Ich wechsel die Cam von anderen Positionen. Dann locke ich mich da hinten, dann mal ich das Ding auf, und dann gucken wir einfach, was da alles drin ist, okay? Schauen wir es. Jo, Leute, wir sitzen jetzt hier. Ich hoffe, man sieht alles. Hier ist das dicke Paket. Jetzt guckt euch mal, wie fett das ist, Leute. Das ist groß wie ich, und ich bin schon 2,20 Meter groß. Wir haben hier, ich weiß nicht, war an der Seite, wir können es ja mal öffnen. Rockstar, Saur Apple. Habe ich schon mal getrunken, ja. Schmeckt nach einem sauren Apfel. Dann gönnen wir uns später. Und wir haben hier, oi, 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 da sagt ihr nicht was hier. Wir haben hier, ich habe mir so ein Tool besorgt, Leute. Habe ich auch gekauft, ey, um diese Box zu öffnen. Und das werden wir jetzt mal machen. Aber schneiden wir hier ganz vorsichtig auf. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Do Not Cut heißt. Einfach keine Ahnung. Kennt ihr den Trick, dass man BAM macht? Nein, okay, das geht nicht. Dann machen wir mal durch. Ein bisschen vorsichtig müssen wir doch sein. Vielleicht ist da ein Tier drin, weißt du? Vielleicht ist das die neue Katze. Ich wollte schon immer mal eine Katze haben. Gucken wir mal schnell. Sollte jetzt einfach offen sein. Und pass auf. Wer hat sich immer vorsichtig wegtun. Nicht werfen oder so. Ihr könnt euch verletzen. Jetzt gucke ich mal hier rein. Ihr seht ja noch nichts, ne. Was hier alles drin ist. Ey, das glaubt ihr mir nicht, man. Holy shit, was ich mir da... Döger, DX Racer, alter. Wow, Leute, pass auf. Ich zeige euch jetzt mal was drin. Ich muss mal gucken, was ich hier so erblicken kann. Hier scheinen ziemlich viele Einzelteile zu sein. Also wer sich sowas bestellen hat, da sieht es schon total aus. Der... Hadibu Schlümpfe, einfach nice, nice, nice. Die sind bestimmt... Da einfach, um die Zeit zu füllen, um die Spannungsmann das zu helfen. Sonst, ich weiß nicht, Alter, was ich sehe. Hier ist... Ega. Was ist das? Das muss bestimmt... Ich schätze... Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Die X-Racer scheint mir... Firma zu sein, die Gaming-Stühle herstellt. Das sieht aus... Entweder das ist ein Krippeller, vielleicht ein Ventilator oder sowas. Ansonsten ist es auch der Boden, ne? Der Fußboden. Was haben wir hier noch? Die Gä... Hey, Digger! Was ist das? Schiech, Alter, da ist was drin. Ist das vielleicht das Gewinnspielen? Guck mal später nach. Guck mal später nach. Wow! Pringles, Sour Cream, Onion. Gönnen wir uns. Alles für ein Scream-Dig. Wow, Leute! Unbenutzt. Unbenutzte Tücher. Die kommen zu meinem PC. Äh, natürlich wegen Shisha und so. Ihr kennt die Boys, die auch rauchen. Shisha rauchen nebenbei. Keine Zigaretten, die wissen, man muss immer Papiertücher dabei haben. Wow! Ufo-Hitschler. Scheiße, die sind geil, Alter. Die müssen wir mal probieren. Kennt ihr die? Kennt ihr die? Solche Ufos, Alter, da ist was drin. Da ist was drin. Mh! Geil! Nebenbei, mir wurde gesagt, immer wenn ich was mache, bekommen Leute Hunger. So, was haben wir hier, Alter? Hier kommen wir, glaube ich, schon jetzt zu etwas sehr Großem. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, so. Könnt ihr wahrscheinlich nicht. Könnt ihr mal so ein bisschen. Ich meine, ich hole das einfach mal raus. Digga! Ist das eine Wassermelone? Das ist eine Wassermelone, Alter. Geil! Snack ich mir, Alter, snack ich mir. Kann man sich gönnen, kann man sich gönnen. Ey, hier ist noch was, Digga. Kennt ihr so von Kentucky Fried Chicken hier scheinen? Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Wisst ihr, was das ist? Sieht aus wie so vielleicht ein paar Tücher. So wie bei Kentucky Fried Chicken, so nachher, um die Finger sauber zu machen oder so. Vielleicht so ein bisschen den Stuhl abwischen, wenn der dreckig ist. Lassen wir mal da. Ey, Digga! Samsung S5 Galaxy. Erstmal abchecken, Alter. Ey, locker, Digga. Neu Samsung Gin. Ja, Digga. Kann ich euch später angucken, kann ich? Ich glaube nicht, weg damit. Alter, das sieht schon heftig aus, ne? Das sieht schon heftig aus. Ich muss, glaube ich, jetzt mal aufstehen. Ich muss, glaube ich, mal aufstehen, Alter. Ich glaube, ich nehme euch ein Komma. So, guckt euch das an, weil jetzt... Das ist, glaube ich... Oh, Digga, das sieht aber schon geil aus, Mann. Das sieht schon geil aus. Das sieht echt geil aus, Alter. Da kann man nix zu sagen. Der X-Racer. Mal gucken, ob es auch gleich so geil aussieht, ohne die Verpackung. Ich würde sagen, ich baue das schnell auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute. Ich würde sagen, fünf Minütchen sind vergangen. Der Stuhl ist aufgebaut. Und ich würde sagen, wir gehen gleich da hin, oder? Also, pass auf. Da ist der schöne Stuhl. Aufgebaut. Aber, Digga, wir müssen ihn auch testen, ne? Wir müssen diesen prächtigen Stuhl auch testen. Deswegen setzen wir uns mal auf unseren geilen Computerstuhl. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Digga. Zieht euch das rein. Unsere Armlehner quietschen. Alles am Start. Und die Beine, die kommen auf unseren geilen, neu aufgebauten DX-Racer-Stuhl. Ja, guck mal, wollen wir eben mit der Milagassi, wollen wir noch ein bisschen Scheiße kleben. Ja, ist geil, oder? Ich würde sagen, jetzt können wir uns hinsetzen. Gleich ein bisschen zocken. Passt also, ist gemütlich, ist gemütlich. Ich würde sagen, hat sich definitiv gelohnt. Wir können uns auch einen kleinen Schluck Energy. Fehlt ein bisschen Wodka. Aber sonst, Leute. Ja. Netter Stuhl. Fühlt sich gut an. Also, die Beine liegen bequem. Kann ich ihm empfehlen. Sehen wir uns nächstes Mal im Video. Haut rein. Vielleicht mit euren Produkten. Peace and out.